Edward Courtney I. Earl of Devon war ein englischer Adliger und ein Fürst des Hauses York. Als Sohn des Henry Courtney I. Marcus of Exeter stammte Edward von der Prinzessin Catherine of York aus dem Haus Plantagenet ab und hatte somit einen Platz in der englischen Thronfolge. Im Zuge der Exeter Verschwörung, die seinen Vater das Leben kostete, wurde er als Kind im Tower of London inhaftiert und erhielt erst 15 Jahre später unter Königin Maria I. seine Freiheit wieder. Seine Hoffnung, die Königin oder ihre Schwester Prinzessin Elisabeth zu heiraten und somit König von England zu werden, verleitete ihn zu diversen Intrigen, die zu einer erneuten Inhaftierung führten. Beschattet von Marias Agenten wurde es ihm schließlich gestattet Europa zu bereisen, wo er 1556 unter rätselhaften Umständen in Pondua starb. Kindheit und Jugend Edward Courtney I. war das einzige überlebende Kind von Henry Courtney I. und Gertrude Blount, Tochter des William Blount, 4. Baron Mountjoy. Sein genaues Geburtsdatum ist nicht überliefert, traditionell wird aber das Jahr 1526 angegeben. Über Courtney's frühe Kindheit ist bekannt, dass er einige Zeit im Haushalt Mary Tudor verbrachte, einer Cousine seines Vaters. Nach ihrem Tod 1533 kehrte er zu seiner Familie zurück und wurde von dem Gelehrten Robert Taylor unterrichtet. Sein einziger Bruder Henry starb bereits als Kleinkind. Als seine Eltern während der Exeter Verschwörung unter Verdacht des Hochverrats gerieten, wurde der erst zwölfjährige Edward zusammen mit ihnen im Tower inhaftiert. Gerüchte kursierten, dass sein Vater geplant hatte, Edward mit Maria zu verheiraten, der zum Bastard erklärten Tochter Heinrich der Achte. Henry Courtney wurde zum Tode verurteilt und am 9. Dezember 1538 hingerichtet. Gertrude wurde nach 18 Monaten Haft entlassen. Edward allerdings als männlicher Abkömmling des Hauses Jock blieb im Gefängnis unter der Herrschaft des jungen Königs Eduard V. I. Versuchte Courtney seine Freiheit wieder zu erlangen, indem er im Gefängnis im Jahr 1548 eine Übersetzung anfertigte. Das italienische Werk Trattato Utilissimo del Beneficio di Gesù Cristo, Crucifisso, Verso i Cristiani von Antonio della Pacchia galt als Rechtfertigung des reformatorischen Glaubens. Courtney nannte die Übersetzung der Benefit of Christ's Death und widmete sie Anne Seymour, Ehefrau des Edward Seymour I. Duke of Somerset. Möglicherweise erhoffte sich der als katholisch bekannte Courtney eine Begnadigung durch den König, einem überzeugten Anhänger des protestantischen Glaubens. Doch obwohl Notizen des Königs zeigen, dass er das Werk gelesen hatte, blieb Courtney in Haft. Hier machte er die Bekanntschaft von Stephan Gardiner. Der Bischof sollte ihm Zeit seines Lebens ein guter Freund sein und Courtney selbst nannte ihn liebevoll Vater. Auch nach ihrer Freilassung standen die beiden sich so nahe, dass Courtney besorgte Briefe bezüglich der Gesundheit seines alten Freundes schrieb. Die Nachricht von Gardiners Tod im Jahr 1555 wurde ihm von einem Bekannten persönlich mitgeteilt, da man nicht wagte ihm zu schreiben, dass Gardiner Tod sei, da es ihn schwer treffen würde. Ambitionen und Intrigen Unter Königin Maria wurde Edward Courtney 1553 aus dem Tower entlassen. Die Freundschaft seiner Mutter zu der neuen Königin sorgte für einen erneuten Wohlstand der Courtney's. Maria gestattete Edward Courtney am 3. September 1553 den Titel des Earl of Devon zu führen, der seinem Vater seiner Zeit aberkannt worden war. Am 29. September schlug sie ihn zum Ritter des Bethordens und zu ihrer Krönung am 1. Oktober trug er das Staatsschwert vor ihr. Die Königin bänd ihn zudem in politische Empfänge und in Rechtsprozesse ein. So empfing Courtney die spanischen Botschafter im Namen der Königin und gehörte zur Jury, die im Januar 1554 über Robert Dudleys Schicksal entschieden. Angeblich behandelte Maria ihren jungen Verwandten bisweilen wie ein Kind. So soll sie ihm befohlen haben ohne ihre Erlaubnis keine Einladungen zum Abendessen anzunehmen. Als einziger überlebender Nachkomme des Hauses Jorg, mitunter auch poetisch der letzte zweite Weißen Rose, genannt, wurde Courtney von vielen Seiten als potenzieller Bräutigam für die Königin gesehen. Seine Großmutter Katerine of Jorg war die jüngere Schwester von Marias Großmutter Elisabeth of Jorg gewesen, womit sowohl Maria als auch Courtney, Urenkel des Königs Eduard IV, waren. Unterstützt wurde er unter anderem von seiner Mutter und Stefan Gardiner. Allerdings verhandelten bereits die spanischen Botschafter über eine Eheschließung zwischen Maria und dem spanischen Thronfolger Philipp II. Maria, die sich stets Philipps Vater Karl V. verbunden fühlte, bevorzugte Philipps Verben, möglicherweise auch weil Courtney durch seine 15-jährige Haft geprägt war. Zur Beunruhigung seiner Befürworter führte er seit seiner Entlassung ein ausschweifendes Leben. Trank viel, hatte Affären und war häufig in Gegenwart der französischen und venezianischen Botschafter zu finden, erklärte Feinde der Spanier. Zusätzlich gab es Gerüchte, dass er Drohungen gegen Reginald Poles Bruder Geoffrey Pole ausstieß, dessen Aussagen zur Hinrichtung Henry Courtney's geführt hatten. Die Poles standen in der Gunst Marias, weshalb diese Gerüchte sich negativ auf Courtney's Ruf auswirkten. Als sich schließlich herauskristallisierte, dass Maria Philipp heiraten würde, begann der enttäuschte Courtney stattdessen ihre jüngere Schwester Elisabeth zu umwerben. Bereits kurz nach Verkündigung der Verlobung Marias und Philipps regte sich erster Widerstand gegen diese Ehe. Die Engländer betrachteten die Einheiratung eines Ausländers in ihr Königshaus mit Agwon, da sie fürchteten, dass Philipp England zu einem Vasallen Spaniens machen wollte und ihr Land in kostspielige Kriege verwickeln würde. Für viele stellten Courtney und Elisabeth eine verlockendere Alternative dar, da sie beide in England geboren worden waren. Um Marias Hochzeit zu verhindern und an Elisabeths Seite König von England zu werden, schloss sich Courtney den Rebellen der Wyatt-Verschwörung an. Allerdings wurde er von seinen Kameraden recht bald als Zauderer und Feigling betrachtet und am 21. Januar 1554, als die ersten Gerüchte bereits kursierten, gestand er den geplanten Aufstand schließlich Gardiner. Obwohl seine Ambitionen für den Thron lange Zeit als einziges Motiv für Courtneys Beteiligung an dem Aufstand galten, hält die neuere Forschung es für möglich, dass er gewisse Sympathien für den Protestantismus hegte. Karl V. schrieb an seinen Botschafter Renat in England, wenn es um Religion geht, kann kein großes Vertrauen in ihn gesetzt werden, denn Gerüchten zufolge wurde er im Gefängnis fast verleitet. Anführungszeichen Obwohl er sich nach außen hin katholisch zeigte und auch sicherstellte, dass seine Diener gute Katholiken waren, machten seine engen Kontakte zu Protestanten seine Zeitgenossen misstrauisch. Während der Kämpfe in London kommandierte Courtney einige Streitkräfte der Königin, fand sich jedoch nur wenig später erneut im Tower wieder. Zeitgenössischen Berichten Am 6. April 1555 erhielt Courtney schließlich seine Freiheit zurück. Schon bald darauf spekulierten die Spanier über eine mögliche Heirat zwischen ihm und der verwitweten Francis Bränden. Der königlichen Cousine Marias und Mutter der hingerichteten Lady Jane Grey. Kinder aus dieser Heirat hätten einen starken Anspruch auf den Thron gehabt. Doch weder Francis noch Courtney hatten Interesse an einer solchen Verbindung. Courtney erklärte der Königin, dass er eher das Land verlassen würde als Francis zu heiraten und Francis hatte sich bereits Adrian Stokes als zweiten Ehemann ausgesucht. Im Mai erteilte Maria Courtney die offizielle Erlebnis den Kontinent zu bereisen und Courtney reiste daraufhin nach Brüssel und Löwen, wo er einige Zeit als Gast Karls V. verbrachte. Allerdings kam es regelmäßig zu Auseinandersetzungen zwischen Karls spanischen Dienern und Courtneys Gefolge. Im Oktober wurde es ihm schließlich gestattet nach Italien zu reisen. Zur selben Zeit schmiedete Rui Gomez, Berater von Philipp II, ein Komplott, um in Italien ein Attentat auf Courtney zu verüben. Gegen Ende des Jahres kurz nach Gardinas Tod erregte Courtney einmal mehr das Misstrauen des katholischen Adels, da er sich zunehmend in protestantischen Kreisen bewegte. Zu seinen Kontakten gehörte unter anderem Sir Peter Carew, sein alter Bundesgenosse aus der Wyatt-Verschwörung. Gegenüber dem misstrauischen Kardinal Reginald Poole behauptete Courtney jedoch, dass er lediglich versuchte, Carew günstig zu beeinflussen und ihn zur Rückkehr zum Katholizismus zu bewegen. Historiker halten es daher für möglich, dass Courtney selbst insgeheim den protestantischen Glauben zugeneigt war, nach außen hin jedoch nach wie vor den guten Katholiken spielte. Indizien dafür sind seine Reisen nach Venedig und Padua, die als bevorzugte Zufluchtsorte der englischen Exilanten vor den Ketzer-Verfolgungen galten. Courtney musste daher der Königin und dem Kronrat versprechen, keinen Kontakt zu bekannten, exilierten Protestanten herzustellen, wie zum Beispiel Sir Francis Russell. Das geplante Attentat auf ihn scheiterte, da der angeheuerte Meuchelmörder die Behörden Venedigs informiert hatte. Trotz der Einladung eines alten Freundes seiner Mutter, Michael Trockmorton, mit ihm in Mantua zu bleiben, zog es Courtney Ende März 1556 nach Faara, wo in dieser Zeit viele protestantische Exilanten Pläne gegen Marias Regime schmiedeten. In seiner Abwesenheit erfolgte in England eine weitere Verschwörung. Im Juli 1556 gab sich ein junger Schulleiter in Yuxley, Suffolk, als Edward Courtney aus und veröffentlichte eine falsche Proklamation, die besagte, dass Maria tot war und Courtney und Elisabeth nun über England herrschten. Der Betrüger wurde hingerichtet, bevor es zu einer weiteren Rebellion kommen konnte, doch zeigte der Vorfall, wie gefährlich Courtney nach wie vor für Maria sein könnte. Mehrere seiner Diener wurden verhaftet, woraufhin Courtney protestierte, dass sie keine Verschwörer sein könnten, denn schließlich wären sie katholisch. Marianische Agenten waren überzeugt, dass Courtney sich bald den Rebellen anschließen würde. Trotz allem konnte Courtney jedoch keine aktive Beteiligung an Komplotten nachgewiesen werden, da er sich stets weigerte, sich offen gegen die Königin zu stellen. Stattdessen schrieb er sich schließlich in der Universität von Pondua als Student der Rechtswissenschaften ein. Tod Courtneys Tod am 18. September 1556 in Pondua gibt den Historikern bis heute Rätsel auf. Laut Anne Overell deuten einige Anzeichen darauf hin, dass Courtney einem politischen Mord zum Opfer fiel. Seine Post wurde regelmäßig geöffnet, seine Diener in England standen unter Arrest und sein Freund John Shackel war entführt worden. Auch der Tod seines Küchenjungen wurde von Zeitgenossen als dunkle Ankündigung gewertet. Der einzige Augenzeuge seines Todes, der Maria einen ausführlichen Bericht schickte, war Sir Peter Vannis, der englische Botschafter in Venedig. Seinen Angaben zufolge erlag Courtney einer Kette unglücklicher Ereignisse. Zunächst, so Vannis, erkältete er sich während eines Sturms. Dann stürzte er in seinem eigenen Haus die Treppe hinunter und schließlich wählte er für seine Reise nach Padua eine unbequeme Kutsche, die ihn auf den holprigen Wegen so durchschüttelte, dass er sehr geschwächt in Pondua ankam. Dort verschlechterte sich sein Zustand täglich und schließlich bekam er hohes Fieber. Am 18. September empfing er laut Vannis schließlich die Sakramente und akzeptierte die Kirche als das Wichtigste auf Erden, bevor er im katholischen Glauben starb. Wie zuverlässig diese Berichterstattung war, ist allerdings fraglich, da Vannis Laufbahn recht ungewöhnlich war. Ursprünglich Botschafter für Heinrich der Achte und seinen Nachfolger Eduard war er zunächst der protestantische Dekan von Salisbury gewesen, bevor er in den Dienst der katholischen Maria getreten war. Ein Jahr vor Courtney's Tod hatte er versucht, Courtney's alten Bekannten Sir Peter Carew ermorden zu lassen. Was Historiker zusätzlich misstrauisch macht, ist Vannis unmittelbar nach Courtney's Tod geäußerter Wunsch, nach England zurückkehren zu dürfen. Von einigen Parteien wird daher vermutet, dass Vannis Courtney im Auftrag der englischen Regierung umbringen ließ. Unterstützt wird diese Vermutung von der Aussage eines Zeitgenossen, des Humanisten Pietro Bizarri. In einem 1579 veröffentlichten Werk schreibt er, dass Courtney umgebracht wurde, von der Hand eines Vatermörders und es ist möglich, dass auch er an Courtney's Sterbebett stand. Falls es sich um einen Mord handelte, gibt es mehrere Verdächtigte. Peter Wannis als Beauftragter von Marias Regime ist eine Möglichkeit. Auch das Verhalten der venezianischen Behörden stimmt historikerstutzig, da sie nachgewiesenermaßen Courtney's Briefschatulle öffneten. Einige Briefe entfernten, die bis heute verschollen bleiben und die Schatulle anschließend wieder versiegelten. Zusätzlich steht fest, dass auch die Habsburger versuchten ein Attentat auf Courtney zu verüben. Allerdings kann keiner Partei eindeutig ein Mord nachgewiesen werden. Fest steht lediglich, dass Courtney vor seinem Tod seine Besitztümer von seinen Dienern auflisten ließ und sie bat seine Briefe zu ordnen. Wannis organisierte sein Begräbnis offenkundig erbost, dass Königin Maria und ihre Berater Courtney mit zu wenigen Mitteln für eine würdige Beerdigung ausgestattet hatten. Die Beisetzung fand am 21. September in der Basilika des heiligen Antonius zu Padua statt. Die Grabrede für den offiziell katholischen Courtney wurde auf Wannis ausdrücklichen Wunsch von dem eingefleischten Protestanten Thomas Wilson gehalten, der als Courtney's Todesursache Malaria angab. Courtney's Titel erlosch mit seinem Tod und wurde von König Jakob I. später an die Blounts verliehen, Courtney's mütterliche Verwandtschaft. Als diese ohne Nachkommen starben, verkaufte der König den ruhenden Titel weiter. Erst 1835 wurde die Earlswürde wieder an einen gebürtigen Nachfahren der Courtney's verliehen und deren Anspruch auf den Titel rückwirkend bis 1556 anerkannt.